Moin Moin Krautianer und herzlich willkommen zu unserem neuesten Bonus-Code-Video. Heute mal ein ganz besonderes, denn wir haben 72 Bonus-Codes aktuell. Es werden wahrscheinlich sogar noch mehr und ihr werdet bestens informiert über dieses Video hier, denn ich werde unten bei der Kommentarsektion angepinnt all diese Bonus-Codes tatsächlich posten. Viele von denen sind bis zum 7. Januar gültig, sprich ihr habt noch so viel Zeit, die alle einzulösen. Und ihr werdet Massen an Kapitän und extra Boni und sonst was alles bekommen. Und daher unbedingt diese Codes nach und nach und nach alle einlösen. Das Ganze ist recht unkompliziert, das Ganze ist eine super Möglichkeit von Wargaming, denn sie haben ihren CCs, den Kontributoren, etwas ganz Besonderes gegeben, nämlich einen eigenen Bonus-Code. Und ihr wisst vielleicht, oder vielleicht auch nicht, dass es weltweit hunderte Kontributoren gibt, so wie wir halt auch, die eine eigene Community haben, die Videos machen, die Blogs betreiben, die, ach, was weiß ich, was machen, wir tanzen, mal da rumdancen und World of Warship spielen und dabei gucken Leute zu. Das sind Kontributoren. Und ganz oben, da seht ihr unseren Bonus-Code, den wir bekommen haben, beinhaltet den netten Herrn hier, der mich hier die ganze Zeit so anschielt von der Seite. Das ist angeblich der deutsche Weihnachtsmann. Ich habe mir ein bisschen anders vorgestellt. Ist auch egal, das ist der deutsche Weihnachtsmann auf jeden Fall. Den kriegt ihr bei unserem Bonus-Code. Zusätzlich noch eine extra Missionskette für ein paar, für den Pass, für ein paar Punkte bekommt ihr da drüber noch. Solltet ihr einen anderen CC-Kutsch schon eingelöst haben, diesen Auftrag für die Passpunkte gibt es bloß einmalig. Am 24.25. soll es extra nochmal eine Auftragskette geben, die auch über diesen Bonus-Code hier dann startet. Den könnt ihr aber schon vorher eingeben, sodass das Ganze dann rechtzeitig bei euch auch ankommt. Die ganzen Bonus-Codes selber, die 72 Stück, die findet ihr unter dem Video angepinnt, habe ich euch ja schon versprochen gehabt. Dort haben wir aktuell, so müsste das dann aussehen, da haben wir aktuell hier tatsächlich alles hinterlegt. Und die Kutsch selber, das ist nachher auch noch ein Link mit bei, den packe ich hier ganz oben nochmal dazu. Den packe ich da oben nochmal zu, da ist ein Link dabei, wo ihr die alle nach und nach und nach und nach und nach dann einlösen könnt. Und dann hoffentlich eine ganze Menge geilen Scheiß hier abgreift. Also selten, dass wir mal so viele, wir hatten schon mal eine Zeit, da waren 30 oder 40, glaube ich, gleichzeitig aktiv, hatte ich mal ein Video dazu gemacht. Aber das sprengt hier natürlich komplett alles. Kleiner Tipp an euch, sollte ihr euch im Browser über den Link sagen, ey, Kralo, das ist hier gar nicht mehr einlösbar. Wir haben hier gar keine Möglichkeit mehr, das groß einzulösen. Dann, meine Freunde, dann, meine Freunde, zeige ich euch mal einen Trick, wie ihr das Ganze dann trotzdem noch machen könnt. Da müsst ihr eh nicht ewig lange warten, bis da die Zeit umgeht. Nein, nein. Wo ist es denn? Bin ich gerade blind? Wartet mal. Da ist es, das Gaming-Center. Und, oh, geht hier bloß zum Teil. Warte, 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 Profis hier arbeiten. Der Filter muss aus. Ja, da sehen wir das Gaming-Center. Die Bonus-Codes könnt ihr hier im Launcher, den Launcher selber kennt ihr ja, darüber startet ihr euer Spiel, außer ihr spielt über Steam. Dann habe ich keine Ahnung, wie ihr das einlösen könnt. Aber für alle, die über den Launcher spielen, ihr habt die Möglichkeit, hier oben links auf euer Profil zu klicken. Und dort habt ihr die Chance, wo Gaming-Code aktivieren nochmal zu drücken. Dort könnt ihr die Codes auch nach und nach und nach und nach alle eingeben. Und dann funktioniert das Ganze auch. Und wenn wir nicht alles täuschen, ist es hier im Launcher problemlos möglich, zig Codes, wahrscheinlich hunderte Codes hintereinander einzulösen ohne Probleme. Im Launcher nach der Zeit kannst du Probleme geben, weil du so oft hintereinander die Codes eingibst, dass er irgendwann denkt, du bist ein Bot. Und daher hier im Launcher dann einfach probieren. Und dann sollte das alles kein Problem sein. Könnt ihr euch drauf freuen? Wie gesagt, die ganzen Inhalte, die da mit bei sind, da sind so viele coole Sachen mit bei. So viele verschiedene Kapitäne, dass ihr zu allen Nationen dann tatsächlich die Möglichkeit habt, die verschiedenen Kapitäne dann auch direkt zu nutzen. Die haben tatsächlich auch gleich, warte, ich blende das nochmal ein. Die haben tatsächlich auch gleich alle sechs Fertigkeitspunkte dann noch dabei. Nicht bloß der Deutsche, nein, auch bei den anderen Nationen. Und was soll ich euch sagen? Holt euch die Sachen. Greift zu. Es ist sehr umständlich, klar. Es ist viel Klickerei. Vielleicht kriege ich sogar noch hin, die alle mit Links sogar hinter zu hinterlegen, dass ihr die Links bloß anklicken müsst. Aber dann ist das hier alles völlig überladen. Was aber auch ganz cool wäre, ihr habt selber noch Bonus-Codes oder ihr habt irgendwo bei irgendeinem CC, den wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, welche gefunden. Dann bitte, bitte doch einfach mal posten. Einfach als Antwort noch da drunter packen oder als extra Kommentar packen. Und wenn ich es dann sehe und auch feststelle, der fehlt tatsächlich, dann werde ich das vielleicht noch ergänzen. Mal schauen. Vielleicht knacken wir nachher sogar noch die 100 Bonus-Codes. Wer weiß, wer weiß. Übrigens, wer da schon in den letzten Tagen sehr aktiv war bei uns auf dem Discord-Server, der dürfte viele von den Codes tatsächlich schon gesehen haben. Das sind nämlich größtenteils die, die tatsächlich bei uns auf dem Discord-Server gezeigt worden sind. Und ich zeige euch das nochmal ganz kurz mit dem Discord-Server, damit ihr mal eine Vorstellung dafür habt, wie das Ganze ausschaut. Ich weiß, viele von euch nutzen den gar nicht. Aber den kann man übrigens auch einfach im Browser nutzen. Aber hier nochmal die Möglichkeit, das zu sehen. Allgemein Chat kennt ihr vielleicht alle bei uns auf dem Discord-Server. Da wird immer so ein bisschen gebrabbelt. Es gibt eine schöne Technikecke, wenn man technische Fragen hat. Es gibt einen schönen Hilfe-Bereich, den man auch nutzen kann, wenn man Hilfe hier, Skillungen und Empfehlungen, Fragen zu Worfs, kannst du hier nutzen, kannst du eigenen Thread aufmachen, kannst du anderen helfen und so weiter. Könnt ihr alles gerne nutzen. Ist wie ein riesen Forum aufgebaut. Und, aber für euch jetzt viel relevanter, ganz oben unter Infos, da findet ihr Codes. Und diese ganzen Codes hier, die werden immer auf dem deutschsprachigen Community-Server gepostet vom lieben Wizard. Und der Wizard selber, der hat das auch so hier eingestellt, dass das alles bei uns direkt immer verlinkt wird. Wizard oder einer unserer Mods. Ich weiß gar nicht mehr, wer das eingestellt hatte. Auf jeden Fall, die ganzen Codes landen dann auch immer bei uns hier auf dem Discord-Server. Und ihr seht es schon, das ist alles noch von gestern. Das ist alles, was gestern alleine reinkam. Daher, wer hier, was die Bonus-Codes angeht, mal wirklich vorne dabei sein möchte und alles mitkriegen möchte, einfach mal dann unseren Discord-Server aufsuchen. Und selbst hier, bin ich gerade mal beim 1. Dezember, guck mal an, was hier in den letzten knapp 10 Tagen alles reingekommen ist. Das sind alles dann immer irgendwelche Sachen, die ihr aktivieren könnt, um tatsächlich mehr Spielinhalte dann zu haben. Holt ihn euch, den deutschen Weihnachtsmann, unseren Code auf jeden Fall einlösen und die anderen solltet ihr auch mitnehmen. Wie gesagt, ich versuche die Liste noch zu vervollständigen. Ich versuche da noch mehr zu posten. Wenn ihr eigene habt, wenn ihr selber Codes noch habt, guckt bitte erst nach, ob die auch wirklich da sind. STRG plus F nutzen im Browser, dann habt ihr eine Suche, gebt euren Code ein und wenn der da schon auftaucht, dann bitte nicht extra nochmal posten. Das verwirrt denn sonst nachher bloß. Schleißiges Sammeln, ja, das ist fast wie bei Pokémon hier. 150, 151 brauchen wir insgesamt. Erste Generation, yeah, wer ist auch so alt? Ja, du, Amazon und ich und alle alt. Wir sehen uns wieder im nächsten Video, Adventskalender-Video, im Bonus-Code-Video oder vielleicht im Special. Lasst euch da einfach überraschen. Oh Gaming, Dankeschön für diese coole Möglichkeit, einen eigenen Bonus-Code hier mal rauszuhauen. Und hier würde ich mal sagen, holt es euch alle. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr so viel wie möglich einlösen könnt, um die ganzen geilen Inhalte hier abzugreifen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Das Video dürft ihr gerne teilen. Umso mehr Leute natürlich finden wir dadurch auch, die vielleicht dann nach und nach diese ganzen Bonus-Codes dann ja auch noch zusammentragen. Und übrigens nicht wundern, dass wir jetzt zu spät mit unserem Bonus-Code dabei sind. Der Krado hat nämlich verpennt, das rechtzeitig anzufragen oder was sei anzufragen, das Formular dafür rechtzeitig, typisch deutsch, Formular rechtzeitig abzugeben, auszufüllen. Da war ich nämlich gerade voll im Umzugstress und ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Die Niere dachte, ich habe das schon alles gemacht gehabt und ich habe das nicht mehr gelesen gehabt, da von WoGaming. Daher, könnt mich gerne steinigen, aber das Ganze ist jetzt eh noch bis zum 7. Januar gültig. Daher, ihr habt noch mehr als genug Zeit, das Ganze einzulösen. Achtung, da sind auch ein paar Codes mit bei, die nichts mit den CCs zu tun haben. Kann sein, dass die zwischenzeitlich dann schon abgelaufen sind, dass die nicht mehr funktionieren. Bei den meisten, gerade wo am Ende immer ein Name steht, das sind immer die CC-Codes. Und die anderen, die dann nicht mehr gültig sind, könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare schreiben, dass ich die dann vielleicht da rausnehme oder, oder, oder. Lasst euch da einfach überraschen. Weiß ich selber noch nicht so genau, wie ich das dann machen werde. Wir werden nicht vergessen, fleißig kommentieren, das Video gerne teilen und umso mehr Codes kriegen wir dann hoffentlich und können das Ganze im World Wide Web hier, gerade was die World of Warships Szene angeht, mal ein bisschen, ein bisschen verteilen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.